hey ho hey ho hey ho ja heute machen wir den kofferraum sprich wir nehmen die ganzen innenverkleidung raus ist eigentlich nicht so aufwändig da sind nur immer so komische drehdinger die gehen ganz schnell weg das möchte ich auch noch weg machen und hier unten die leiste mal gucken so das wird ganz lustig weil nämlich dahinter sieht sehr lustig aus also könnt ihr gespannt sein also fangen wir an und so 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist der Berg, der Berg der Innenverkleidung vom Kofferraum, ganz schön viel, da ist auch noch ein bisschen was, also das ist schon beachtlich, was da hinten drin ist, weiß ich nur gar nicht, wohin damit, aber mal gucken, so, ja, dann machen wir mal weiter.